Hm, es muss noch ne einfache Lösung geben, dieses Auto hier wegzubekommen. So. Sayonara! Das Autoproblem ist endlich gelöst. Reicht jetzt aber auch. So, willkommen zurück zu Squirrel House Unlimited. Ich hab hier nichts angestellt. Sand Asterisk. Ach, das ist... Das ist hier scheinbar dann ein Teil von der Hauptstadt, ja. Naja, dann gehen wir doch einfach mal ins Krankenhaus. Willkommen. Ja. Ne, hallo? Äh. Mhm. Ah, nein, ja, oder so. Was? Sollen wir mal raus. Was gibt's denn hier zu tun? Also. Sie möchte, er schafft etwas, womit ich die Operation durchführen kann. Ja, nichts leichter als das. Kein Problem, Alter. Yeah, bitteschön. Geht aufs Haus. Hm. Äh. Ja. Die weiß schon, was sie tut. Sie ist ja immer ein Arzt, ne? Was ist das hier? Ach ja. Ah. Ah, das hier ist was Neues. Das ist so ne, äh, Questreihe. Wo wir hier ne ganze Reihe von Aufgaben hintereinander erfüllen müssen. Die gibt's in all diesen abgelegenen Einzel... Äh, sorry. Abgelegenen Einzelgebieten gibt's so ne Questreihe. Und hier müssen wir wohl die Patienten irgendwie versorgen, die ins Krankenhaus kommen. Machen wir das doch mal. Äh. Äh, jetzt bin ich scheinbar Arzt. Also schnell durchs Medizinstudium. Und, äh, hier sind wir wieder. Flup. Oh. Naja. Was stimmt nicht mit dir, Kätzchen? Das ist total krank. Oh. Ich schaffe etwas, um es zu heilen. Ähm. Magisches Katzengras. Katzenklo ist auch gut. Ähm. Äh. Das hat wohl ein Eigenleben entwickelt. Ich glaube, das ändern wir nochmal. Äh, wie wär's mit... heilendes... Na? Heilendes Katzenklo. Ach, Katze. Ich bin todkrank. Ja, ja. Naja. Heilendes Katzenklo scheint nicht die Lösung zu sein. Wie wär's mit... Heilender... Trank. Da. Hä? Da kommt doch wer. Aha. Yay. Ich bin ein echter Arzt. Hä? Äh. Zahnarzt. Bin ich scheinbar auch. Hm, Zahnschmerzen. Ja. Äh. Mal gucken, was der hier so hat. Bohrmaschine. Ist in Ordnung. Ne, warte mal. Das sind ja große Zähne. Ah. Ja, passt. Exzellent. Bitte, bitte. Kein Problem. Beähren sie uns bald wieder. Hey, warum hast du meine Bohrmaschine überfahren? Meine Güte, Krankenwagenfahrer heutzutage. Hilf mir wieder zu funktionieren. Ja, kein Problem. Mechanisches Herz. Oh, Liebe. Nee, machen wir das mal. Oh, cool. Das geht wirklich. Werfen. Ah. Nee, das war falsch. Hm. Jetzt hat er irgendwie Schiss vor mir. Wer ist mit... Pfff, keine Ahnung. So. Ja. Kannst du... Aha. Nee, 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 nee. Der war ein bisschen... Nicht nur zufrieden mit der Behandlung. Macht das mit der Krankenkasse aus. Und was ist das? Ein richtiges Buch. Also jetzt wird's ja langsam... Ich bin Arzt und kein Bibliothekar. Ähm. Apropos. Tk. Oh, der berichtigt mich eh. So, scheiß drauf. Rechtschreibung ist scheißegal. Aha! Ja. Nächstes Mal fährst du in die Bücherei, bitte. Schon wieder so ein Auto. Mein Gott, als ob das letzte nicht genug Probleme gemacht hat. Ha. Aha. Ja. Unter meiner Haube ist etwas kaputt. Merkzeug. Da. Benutzt. Rock'n'Roll. Ja, von der Rostlaube zum Ferrari. In wenigen Sekunden. Ich bin nämlich auch noch... Exhibit. Zusätzlich zu meinem Doktor in Zahnmedizin und Allgemeinmedizin und... Robotik und, äh, Gewehr. Yeah. Den haben wir uns verdient. Alles klar. Äh. Ja. Fein. Ich habe schon zwei Star Rites und eine Menge von diesen kleinen Scherben da. Mich nervt es irgendwie, dass ich nicht nach oben drücken kann, um, äh, nach oben. Ich muss immer hier auf den Pfeil klicken. Oh, ein kranker Clown. Wupp. Was machst du hier? Hilf mir wieder zu lachen. Oh. Er kann nicht mehr lachen. Wie wäre es mit Lachgas? Lach... Äh, Helium. Huch! Was zur Hölle? Habe ich denn... Gerade... Fand ich das nicht witzig? Ah. Weil in Deutschland gibt es keine anderen. Ah, natürlich. Wir sind ja hier in der deutschen Version. Komiker. Halt, Stopp. So. Ne, warte mal. Ja. Nimm den Hut. So. Yay. Jetzt haben wir eine Party hier. Ho, 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 ho. Ach komm schon. So witzig war das. Ist doch ein schlechter Komiker. Sogar diese scheiß... ...Motti hier lacht. Ah. Da. Du bist beschissen. Ja. Und lachst immer noch. Fürchte dich vor mir. Was ist das denn hier? Steinernes Herz. Äh. Ein lebendiges Herz. Das wird irgendwie... ...sich prügeln. Aber die ist... Die sind alle trotzdem gut gelaunt. Wegen dem schlechten Komiker. Äh. Halte die Herzattacke auf. Klar. Kein Problem. Herz. Schritt. Mach ab. So. Ach so was. Hahaha. So machen das doch Ärzte in Wirklichkeit auch, oder? Nimm dies. Nicht du. Was? Nein. Ja, scheiß drauf. Nimm dies. Pfff. Also. Ich dachte nochmal... Alle zufrieden und glücklich? Ja. Außer die da oben. Was will der hier? Der König? Ach, und der verbeugt sich, der Ritter. Wie nett. Was ist das hier? Äh. Wenn ich etwas mit meinen Teamfarben sehe, würde es mich echt motivieren, das Rennen zu gewinnen. Was für ein Rennen. Schlafanzug rennen. Na gut. Äh. Das war doch gedopet. In dem Käsekuchen waren Amphetamine drin. Danke. Den nehme ich mal mit. Geh zu wem? Huch. Oh, ich hab schon wieder... Ja, na toll. Ich hab schon wieder irgendwo draufgeklickt, aus Versehen. Naja, da kann ich ja nochmal ein bisschen was zu der Story erzählen. Also, seine Schwester ist irgendwie versteinert worden oder sowas in der Art. Was gibt sie uns da? Ja, sie ist versteinert worden. Und wir müssen sie jetzt... Ach nee, sie versteinert langsam. Und wir müssen sie davor retten. Irgendwer hat sie verzaubert. Also, ihr könnt euch das Intro ja dann angucken, wenn ihr es selber spielt. Es kommt ja hier mehr drauf an, dass ihr mal das Spiel seht und so. Und dass ich hier dumm Kack mache. Ne? Äh. Zurücke. In die Hauptstadt, bitte. Scheinbar können wir jetzt wegen diesem Globus gehen, die sie da hat. Das ist auch ein magischer Gegenstand. Huch. Ey, ihr Randalierer. Können wir jetzt überall hinreisen? Äh. Was ist das? Was soll denn das? Hier, nimm das. Ciao. Ciao.